Mach es dir gemütlich. Setze oder lege dich dabei hin und achte auf deinen Atem. Wie du ein- und ausatmest. Stelle dir vor, wie du früh morgens in den Wald gehst. Und wie du all die Geräusche um dich wahrnimmst. Das Rauschen des Windes durch die Äste der Bäume. Und wie er dich sanft berührt. Die Vögel mit ihrem schönen Gesang. Du spürst auch die Erde unter dir, die dich trägt. Spüre, wie du immer mehr in dir, in deinem Inneren ankommst. Lass dich von der Natur begleiten. Auf der Reise in dein Inneres. Und irgendwann wirst du fühlen, wie der Herzschlag der Natur mit deinem Herzen gemeinsam schlägt. Spüre, wie du immer mehr in dir, in deinem Inneren ankommst. Spüre, wie du, immer mehr in dir. Du spiff und schlägt. Flü Untertitelung des ZDF, 2020 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 deinen Körper und wie du immer mehr zurückkommst ins Hier und Jetzt. Du fühlst dich erholt und frisch. Nimmst noch einen tiefen Atemzug. Nachdem du deine Augen geöffnet hast, fühlst du dich vollkommen wohl und erholt. Nimmst noch einen tiefen Atemzug. Nimmst noch einen tiefen Atemzug. Untertitelung. BR 2018